Guten Tag, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind hier am Stadion Oberwerden und gucken uns das Testspiel Tusk Koblenz gegen FC Milanisch an. Wunderschönen guten Tag! Schwerer Dappes, Simon. Was da jetzt schon nix gemacht? Was da jetzt? Ich verarsche nur was. Sag dir einfach was schwerer Dappes zu mir. Dann ist es kaputt. Kannst du eigentlich überhaupt durch deine Sonnenbrille was sehen? Warum? Weil es schon dunkel ist. Na? Siehst du eigentlich durch deine Sonnenbrille noch was? Schwerer Dappes. Warte dann. Ja, dein Weg da vorne. Das ist dann 20 und dann 30. Hast du einen Witz gelesen? Am Bahnschalter, früher kommt ihr am Schalter immer einer hinter drin gesessen. Da kommt eine Frau und sagt, ich hätte gern zwei Mal will ich. Wenn der Mann kommt so in den Eimer kann ich. Ja. Ja. Kannst du los schicken oder so. Ja. Alles klar. Ich sag normal habe ich den Stand aber heute nicht. Schön weicher Boden haben wir hier übrige. Schön weich. Gelenk schonen. Ballgorn. Außen. So was machen wir heute? Wir sollen das Spiel filmen vom Trainer aus. Ich hätte gesagt, da hat uns die Arbeitsaufsparki gegeben. Hey. Dann machen wir das. Ich hoffe du kriegst die heute wieder. Komm schon mal ein Tor schießen. Danke. Ich muss dir jetzt hinter die Kamera stellen und dann film mir das Spiel mit der Legriger komplett. So weit es geht. Der Rest film ich mit der anderen Kamera. Damit du schon mal bescheid bist. Wenn die Aufnahmen ein bisschen anders sind. Wie normal. Erstmal die Beine auseinander fahren. Ja runter runter. Ah scheiße. Nee nee. Du musst vorne weiter runter. Bisse links. Du hast aber nicht viel drauf. Geht der Mann. Bauf mal die Scheiße. Guck mal wie der Ständer aussieht. Mann hab ich eine Kacke. Wenn der Dach schief ist. Nee nee. Nee nee. Du hast nur so einen kleinen Teil. Das stimmt doch mal. Ja ich weiß es doch auch nicht. Wo ist die Obe da? Die Beine da. Nein hier oben musst du runter machen. Und dann. Klickele. Ja jetzt sieht doch schon gut aus. Ja sieht gut aus. Und? Also für die Helden ist es gut. Ja was ist das alles drauf? Also bis zur Mittellinie ja. Wie bis zur Mittellinie? Ist doch hier. Dann ist der Nahzoom noch. Nein. Ist weit. Ist Weitwinkel. Ja siehst du? Da ist wie erst mal der Tor. Aber bis dann irgendwo dahinten. Ja dann müssen wir ein bisschen nach links drehen. Ja. Kann man dazu dahinter kommen? Dann musst du halt die ganze Zeit in der Hand halten. Und dann bestellen sie hier irgendwo hin. Ja. Das geht nicht. Ja was soll ich da machen? Hallo. 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 Das ist aber drauf. Alles noch ganz. Bist du? Ja du lass einfach mal laufen. Ja du hast halt mal gucken. Passt auf. Ist auch da hinten das Tor drauf? Ja. Hallo. 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 Foul um 19 Uhr. Dankeschön. Kommen Sie den Namen. Ende. Ja, 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 ja. Hinterlaufen! Hinterlaufen! Tobi! Minder, jetzt wieder einen Aufwege! Raun! Komm in die Kamera! Sorry Leute! Mittendrin schon nur dabei. Tobi! Komm, komm, komm! Komm Tobi, weiter Junge! Ja! Ja! Foul, foul! Ja, Wende, Wende! Ja! Scheiße! Warte, okay! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Sieben Stück vor! Warte, komm, warte! Sieben Stück vor! Warte, warte! Ja, Sieben Stück vor! Sieben Stück vor! Ja, Janik! Druck, 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 Druck! Kör mal rein! Okay, okay, okay! Okay, okay! Sittug! Kommen! Dennis kommt, Dennis kommt! Männlein, Männlein, Männlein! Nach vorne, nach vorne! Lass es tiefer, lass es tiefer! Unter Ordnung! Täter auf, Täter auf! Was hatten die gesagt? Können nix. Ich habe nicht verstanden. Alter, so Männer, sieht gut aus! Verletzt. Ja, ja. Hoch, hoch, hoch! Hoch, hoch, hoch! Hoch, hoch! Hoch, hoch! Hoch, hoch, hoch! Hoch, hoch, hoch! Hoch, hoch! Hoch, hoch! Hoch, hoch! Hinterbarn! Nicht da rein! Im Einblick! Schau! Geht sie! Häng aus, häng aus! Hör doch Daniel! Schau! Ich kann nicht! Schau! Vorderweg, vorneweg! Schau! Schau! Vorsicht raus! Aber gut! Gestern vor zwei Jahren war man in Freiburg. Wie lange! Wie lange! Das war doch das letzte Spiel in Freiburg. Ja. Schönes Wetter. Ganz zurück. Ja. Ich war ohne und dann war zweimal ohne. Jetzt machen wir es besser. Guck mal vorne! Also! So, da bringen wir den Toos mal die Speicherkarte. Wunderschönen guten Abend! Ja. Ich hatte auch nicht letztes Mal im Zug gesagt. Da hast du nicht mitgemacht. Übrigens hatte der Schaffner gesagt. Oder wie heißt der Zugführer? Der Zugführer. Also das war auf jeden Fall mein Highlight heute. Ja. War sehr interessant. War auch sehr, sehr, sehr geil. Mir sagte Patrick. Hast du keine Stative dabei? Ich sagte, normal habe ich immer einen Ständer dabei. Ich sagte, ob du einen Ständer hast, da bin ich mir letztens sicher. Ja. Ja, ja. Nächstes Mal haben wir den Ständer. Ja. Ich habe normal immer einen Ständer dabei. Auf jeden Fall fahre ich jetzt heim. Ich schneide das Video. In der Nachtschicht. Für den Beispiel bei der Madwech wurde im Bett läge. Nö. Ich denke mal, dass ich noch einige YouTube Filme noch gucke. Ja. Er guckt meine Videos, ich schneide. Genau. Schreibt mir in die Kommentare. Ob das so alles in Ordnung ist mit den ganzen Videos. Und ich halt zusammen schnibbeln. Ja. Und wir müssen doch mal sagen, was wir drehen sollen. Also, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob wir erstmal in andere Sequenzen mal reingehörten oder wie auch immer. Lasst eure freie Verstand und Reaktivität. Brrrr. Scheiße. Ah, ich hatte meinen Kiefer ausgerenkt. Scheiße. Kiefer ist mir da drin. Geht du auch. Macht gut Leute. Schreibt in die Kommentare. Wir sind weg hier. St brrrr. Scheiß Kiefer. Schon mal beim lache mit Kiefer ausgerenkt. P � Sie Pode barnen. Piep! ARD Text im Auftrag von Funk